Herzlich Willkommen zu diesem kleinen Video hier bei Simba Talked. Heute geht es um Facecams und Greenscreens. Die beiden werde ich gegenüber stellen, weil ich gemerkt habe, dass immer mehr YouTuber und auch Let's Player auf diese Alternativen zurückgreifen wollen. Man hat jetzt auf der einen Seite die Facecam. Ich persönlich finde, dass die Facecam nicht mehr genutzt werden sollte. In 2018 entspricht sie nicht mehr diesem Zeitgeist. Warum? Naja, die Facecam, die nimmt wirklich zu viel von dem Bildschirm weg. Wenn man jetzt mal wirklich Spiele nimmt, wo wirklich jeder Bildschirmausschnitt wichtig ist, wie zum Beispiel Heavy Rain, ein Spiel, was quasi eine Art Film ist oder Metal Gear Solid, dann muss man einfach ganz klar sagen, dass die Facecam quasi das Video schlechter macht. Ja, ihr könnt zwar einen mega guten Rahmen dafür bauen, ihr könnt das richtig schön ausbauen, indem ihr vielleicht das so ausschneidet, dass wirklich nur euer Gesicht zu sehen ist. Aber trotzdem habt ihr immer was im Hintergrund. Ihr habt immer was im Hintergrund. Und es nervt. Es stört. Und das sind die Schattenseiten der Facecam. Klar, es ist billiger, als wenn man jetzt hier den ganzen Scheiß Greenscreen und Gedöns noch kauft. Softboxen ist halt schon ein bisschen kostspieliger. Aber, ja, da nützt euch die beste Facecam nichts. Ihr könnt jetzt auf HD 1080p oder weiß nicht, ob es sogar schon 4K Facecams gibt. Da könnt ihr, ähm, ausbauen. Aber es bringt euch nichts. Ihr werdet immer sehr viel vom Bildschirmrand wegnehmen. Ihr könnt natürlich auch einen Rahmen machen, aber dann habt ihr den Bildschirmausschnitt so minimiert. Und das ist auch nicht mehr schön, ne? Das ist auch nicht mehr schön. Das wirkt genauso wie früher bei alten Spielen, wo dann eben halt diese fetten schwarzen Seitenränder eben halt standardmäßig waren, weil es noch nicht 16 zu 9 war. Und ihr macht es dann ja nicht 16 zu 9. Wenn ihr jetzt da einen Rahmen macht, da einen Rahmen macht und oben die Facecam schön im Rahmen hinklatscht, ist alles nicht so toll. Ähm, der einzige Vorteil vielleicht von der Facecam ist, erstens, es ist billiger. Zweitens, wenn ich jetzt zum Beispiel Horrorspiel spielen wollen würde, zum Beispiel Slender, dann kann ich euch mit dem Greenscreen nicht versichern, ich würde lügen, wenn ich das täte, dass mein Raum dunkel ist. Weil mit dem Greenscreen könnt ihr niemals in einen dunklen Raum zocken. Ihr braucht immer die Hilfe der Softboxen. Habt ihr die Softboxen nicht angeschaltet, dann wirkt der Greenscreen-Effekt nicht. Dann habt ihr quasi eine Facecam. Also, Greenscreen funktioniert nur, wenn ihr gute Beleuchtung habt. Und es muss alles gleichmäßig beleuchtet sein, das ist auch ein bisschen tricky, muss man sich daran gewöhnen, muss man erstmal mit klarkommen, man muss es richtig einstellen und so weiter und so fort. Und ja, bei Facecam ist es scheißegal. Und ihr könnt eben halt Our Let's Plays ganz gemütlich mit einem dunklen Raum machen. Und ja, ich weiß nicht. Der Grusel-Effekt kommt womöglich nicht so gut rüber, wenn der ganze Raum mega heftig beleuchtet ist. Kommen wir jetzt zum Greenscreen. Der Greenscreen ist eben mal teuer. Ihr zahlt 30 Euro für den Greenscreen selbst, braucht noch ein Stativ, 50 Euro. Und Softboxen ebenso nochmal 50 Euro. Jetzt seid ihr bei 130 Euro bei dem Greenscreen. Muss man halt noch zur Facecam dazu rechnen. Meine Facecam hat auch 130 Euro gekostet. Ist quasi nochmal eine Zweit-Facecam dazu, wenn ihr so wollt. Also 260 Euro ist das Ganze. Muss man natürlich schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Und ihr müsst eben mal so ein bisschen Fotostudio-mäßige Erfahrungen haben oder eben mal sammeln. Ja, ich hatte die auch nicht. Ich habe mich informiert. Und das Ganze dann eingerichtet. Ist nicht ganz so einfach. Aber ja, wer den Ehrgeiz besitzt, sollte das eigentlich schaffen. Ich habe es ja auch geschafft. Und ja. Greenscreen sonst ist natürlich eine feine Sache. Man kann besser mit den Spielen interagieren. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich nehme jetzt das Item so. Juhu. Kann ich so ins Spiel quasi eingreifen. Und kann auch auf Sachen zeigen in dem Game. Weil das ist alles ein bisschen mehr interaktiv. Das ist super schön. Und man klaut nicht zu viel vom Bildschirm weg. Das ist wirklich nur, ähm, der Spieler zu sehen und eben halt der Game-Share. Man kann natürlich auch ein Standing-Desk nutzen. Ähm, das bedeutet, man hat keinen Stuhl mehr. Man muss stehen. Der Tisch ist ein bisschen höher. Aber dann, äh, sei wirklich nur ihr zu sehen. Also, es ist natürlich auch eine feine Sache. Und wäre nichts für mich. Weil ich immer so faul bin und immer sitzen muss. Aber, wer Interesse hat Standing-Desk, auch durchaus empfehlenswert. Ja, ansonsten, Greenscreen. Ich denke, das Wichtigste ist gesagt. Die Beleuchtung ist sehr wichtig. Was auch ein kleiner negativer Aspekt ist, ist, äh, diese Softboxen sind sehr, sehr heiß. Im Sommer schwitzt ihr euch der Arsch ab. Ist einfach so. Aber, wenn man die beiden wirklich vergleicht, ist der Greenscreen in jeder Hinsicht besser. Ist ein bisschen, äh, kostspieliger, aufwendiger. Aber, sollte wirklich in 2018 von jedem genutzt werden. Facecam nimmt viel zu viel weg vom Gameplay. Und, bei manchen Story-lastigen, Cutscenen-Spiel-lastigen, äh, Spielen. Dann, ähm, ja, wollt ihr wirklich nicht die Facecam haben. Ich würde sagen, wenn ihr hauptsächlich Grusel-Let's Plays macht. Dann, ähm, reicht vielleicht die Facecam. Mit einem dunklen Raum. Aber, wenn ihr es ein bisschen professioneller gestalten wollt, holt euch ein Greenscreen. In 2018 sollte man das wirklich tun. In diesem Sinne, hoffe ich, dass ich die beiden Sachen ganz gut gegenübergestellt habe. Könnt ihr eure Meinung, eure Erfahrungen auch noch in die Kommentare schreiben. Zum Thema Greenscreens und Facecams. Und dann sehen wir uns wieder bei einem anderen Video. Bis dann und ciao.